Hallo meine Lieben bei El Kitchen Jenner 2022. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vorbereitet habe ich für heute einfachen, leckeren, orangen Dessert. Zubereitung Zutaten in der Infobox, sowohl in einem kurzen Videoclip. Bis gleich! Bis gleich! So meine Lieben, mein Orangen-Dessert ist fertig. Ich hoffe, die Zubereitung hat euch gefallen. Abonnieren, gerne weiterleiten und an der Stelle danke fürs Dabeisein. Bis demnächst! Assalamualikum, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.